Hallo und willkommen zum zweiten Teil von Mech Mechanic Simulator. Und heute gucken wir uns dementsprechend an, ob wir weiterkommen mit Lizenzen und was es noch so für Optionen gibt, Möglichkeiten gibt. Das gucken wir uns heute an. Ich werde tatsächlich auch heute schneiden, also nicht wundern, wenn ich mal dementsprechend auch mal, wenn da irgendwas auftaucht, wo plötzlich ich will das etwas zusammengefasst haben, damit das auch für euch nicht so anstrengend ist, das sich anzugucken. Dementsprechend werden wir gleich mal loslegen. So, und da sind wir auch schon wieder. Und werden wir mal auf einmal fortfahren mit dem nächsten Auftrag. Wir das letzte Mal auch stehen geblieben sind im letzten Video, im ersten Video, wo ich euch einfach nur mal gezeigt habe, wie das Ganze erstmal vonstatten geht. Der Anfang im Endeffekt. Jetzt geht es hier weiter. Also, wir wollen dementsprechend einfach mal, die Preise sind identisch, also vom Aufwand her würde ich sagen, dass wir wirklich nur ein Bauteil, naja, ist eigentlich völlig wurscht eigentlich schon fast. Wir müssen jetzt teilweise sowieso auseinander wollen. Ich den hatten wir ja, glaube ich, beim letzten Mal. Der sieht irgendwie etwas anspruchsvoller aus. Machen wir ja nur ein Teil. Nehmen wir einfach einen Auftrag an. Und werden dann mal loslegen. Kann ich eigentlich auch rennen? Ne. Aber hier sieht der Außenbereich auch ganz nett aus. Tag. So. Ne machen wir erstmal sauber. Wir wollen erstmal ein bisschen reinigen, damit er wieder glänzt. Okay. Nein, hier wird abgeschlossen. Dann gehen wir auf den Scanvorgang. Das sieht schon besser aus. Das sollte schon gleichmäßig sein. Und jetzt wollen wir das zusammenführen. Und da haben wir auch schon das fehlende Teil am Bein. So wie es aussieht. Das ist ja das fehlende oder das kaputte. Das fehlt ja nicht. Das kaputt halt. So. Das ist das linke Bein. Schieben wir rüber. Das wollen wir jetzt auseinander. Schieben. Das wollen wir jetzt auseinander. Schieben. Und dann gehen wir mal hier rüber. Ach. Das ist nach oben und nach unten. WSDA-Taste. Ich habe das letzten Video hatte ich Probleme gehabt runter zu gehen. Aber da habe ich die WS-Taste gar nicht genutzt. Eigentlich muss ich doch nur an das defekte Teil, ne? Was war denn defekt? Ich gucke mal, ob ich nicht so rankomme. Ach so. Mit der rechten Maustaste mache ich mich frei und dann kann ich wie erst... Ah, okay. Alles klar. Ich gucke grad, welches Teil das war. Du siehst sehr kalt. Du siehst sehr kalt. Wisst ihr, woran mich das erinnert mit dem nebenbei, wenn der da redet? Wenn man eine Zeit lang nichts macht oder sowas ähnliches? Warframe. Hört sich genauso an. Ich finde jetzt das Teil nicht, was beschädigt ist. Ach das, da oben. Schauen wir mal. Da müssen wir doch auch so rankommen ohne Probleme. Ja. Das ging doch schnell hin. So, jetzt muss ich leider einen Shop suchen. Muss ich wieder zusammenbauen. Muss ich wieder zusammenbauen. Wo eigentlich... Hätte gar nichts machen brauchen. Okay. Also man kann natürlich auch, wenn man was vergisst, kann man es auch abschließen im Endeffekt. Aber der Auftraggeber ist da glaube ich nicht so begeistert von. Wenn man was vergisst. So, mit der rechten Mauskaste geht man immer so raus im Endeffekt. So. 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 Nun haben wir das erledigt und wir können hier ins Büro gehen und Lauf mal schneller, ich will da hoch. Und entsprechend abgeben. Was ist das denn hier? Das ist rot, kann man nicht durch, okay. Auftrag beenden. So, das haben wir noch 7 Minuten geschafft. 9800 verdient. Wir haben jetzt 26.000 und können jetzt eine Lizenz 25.000 erwerben. Können dann dementsprechend jetzt ein Logo aussuchen. Ja, okay. Man kann, da hat man verschiedene Möglichkeiten. Da hat man so einen Falken oder so. Ja, ich hab's dir. Ja, ich hab's dir. So, der Ruf bei jedem Unternehmen muss separat erworben werden. Dein Ansehen wiederum kannst du in der obersten rechten Ecke das Bildschirm überprüfen. Je besser wir stehen, desto ernstere Jobs werden wir bekommen. Ein guter Ruf erhöht auch unser Ansehen und ermöglicht uns den Zugang zur besseren Hardware. Am Anfang wird das Sortiment nicht besonders sein, aber mit der Zeit werden wir wirklich schöne Hardware kaufen können. Wir werden Stationen verwenden, um die Bauteile vor allem zu reparieren und nicht nur um sie zu ersetzen. So, schau dir das mal an. Gehe über Tab Unternehmen und dann in den Shop mit den Stationen. Okay. Also Stationsshop. Man kann dementsprechend... Genau, Ansehen ist aktuell niedrig. Genau, also man muss erstmal das Ansehen entsprechend erhöhen. Dann kann man auch entsprechend Stationen bauen. Missionstisch, Handwerkstationen, Kalibrierstationen, Elektronikstationen, Lackieranlage, Schweißstationen, Dekorationsstationen, Tablet. Okay. Sehr schön. Globaler Markt, ist das schon frei? Nein. Also globaler Markt und Garage hat man auch noch nicht frei. Werkstattfarben ändern. Ah, man kann sogar seine Werkstatt komplett in seiner beliebigen Farbe umgestalten. Ich mach dir das mal einfach nochmal so aus Spaß dann mal. Nein, pink natürlich nicht. Nein. So weit kommt's noch. Okay. So, da haben wir 12.600 Werte. Wir haben drei Teile, die so reparieren sind. So einen hatten wir noch gar nicht. Okay. Aber er ist auch... Ja, ich glaube, ich werde mir... Ich werde mir mal den hier mit den drei teilen. So, dann wollen wir mal... Da war die Treppe. Kollisionsabfrage ist vorhanden, also man läuft nicht durch. Dann wollen wir mal eine Runde reinigen. Damit er wieder glänzt. Hat schon mal einen harten Kampf vor sich gehabt. Okay. Scanvorgang. Das sieht gut aus. Okay. Armen an der Seite und um. Also, da haben wir den linken Armen. Dann haben wir den rechten Arm. Und so, wir können... Zwei machen. Zwei Werkbänke. Dann nehmen wir uns mal den hier vor. Das Ding, ne? Genau, das ist im Endeffekt dann noch lila gekennzeichnet. So, das kaufen wir einmal. Oh. Okay. Kann ich nicht kaufen, weil ich kein Geld habe. Gibt auch einen Schwarzmarkt. So, das heißt, wir holen uns mal ein bisschen Kohle ab. Ein bisschen Kredit aufnehmen. Damit wir uns die Teile leisten können. Das war der. Und... Das wäre das da oben. Das müssen wir einmal austauschen. machen. Machen wir das auch. Das ging ja fix mit dem Füßlein. Äh, mit dem Bein meine ich. Äh, mit den Händen. Arm. Mensch. Ich habe den Sound ein bisschen lauter gestellt vom Spiel. Jetzt habe ich ganz kurz mal mit der Maus drüben. Mir aufgefallen ist, dass das... Zu leise ist. So, dann... Kontroll... Kasten... ... ... ... ... ... ... Schauen wir mal. Da ist das Teil. Deshalb müssen wir die Seite aufmachen. Sehe ich das richtig? Ja. Da. Da hätte das oben gereicht. Und... Ja. Da ist das! Die Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, hätte wahrscheinlich oben und unten gereicht. Das war das defekte Teil. Das ist auch defekt, kann ich auch verkaufen. Das Kabel verkaufe ich. Das Kabel verkaufe ich. Ich hoffe, ich habe jetzt keins von denen verkauft. So, ich habe alles viel angedingst. Ja, das sieht gut aus. Also Vorsicht, ihr müsst genug Geld haben tatsächlich, um halt auch... Teile erst mal zu kaufen. So. Auch hier geht es, der Auftrag abschließen. Das ging ja schnell, als ich dachte. Genau, alles beendet. 8800. Ja, Minus Darlehen. Belangte Prestige. Okay. Okay. Ich habe die Dekostation freigeschaltet, die Schweißstation und der Tablet. Genau, wenn man die Treppe nicht immer hoch und runter laufen will, nehmen wir das Tablet und dann macht man da die Aufträge-Geschichte. Das kaufe ich mir jetzt. Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit Geld, ich kann jetzt noch nicht unbedingt kaufen. Wobei die Schweißstation natürlich optimal wäre, ne? Ah, nee, ist gesperrt. Ja, doch. Tablet, Dekoration, Schweißstation, nee, Schweißstation ist gesperrt. Okay. Der nächste Job. Das sind auch drei Bauteile. Hier ruft mein Tablet auf. Das Beispiel. Gucken wir mal kurz mal in die Einstellung. Ach, kann man gar nicht sehen. Sprache, Sound, Bitschern. Ja, okay. T ist scheinbar Tablet oder was. Okay. Macht ja Sinn, ne? T wie Tablet. Manchmal macht das Sinn. So, dann machen wir mal sauber. Effektiv sauber machen, damit das nicht so viel kostet. Weil das kostet das Zeug. Wasser. Halt. Androids of the world, unite! Okay, da waren doch eigentlich drei Teile, ne? Es kann sein, dass im linken Bein oder im... Ich hab da leider nicht gesehen, dass da zwei Teile waren. Das erste Mal aus dem Bein, glaube ich. Appontieren. So, da ist er in der Mitte. Das ist kaputt. Das kriegen wir ja locker. Das ist gut. Ich werde wieder mit perché, oder? Der sieht eine셔서 aus war. Collaborate vielleicht. Der sieht man wieder. Letzace in der Mitte war auf die Stelle. Also schlift unten. timmeramic Verbrenst 위해서. So, hier ist das, ah ok, das sind die Beine, einmal das Kabel da und einmal das. Und die Klammern ab, genau. Genau. Gut. 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 Und schon haben wir einen reparierten Mech. So, dann drücken wir mal die T-Taste und können Auftrag beenden. Ich glaube es ist 11.451, weil Dali noch abgegangen ist. 5 Minuten habe ich dafür gebraucht, 5 Minuten 63. So, da gibt es auch noch andere Tasten, damit ich woanders zugreifen kann. Okay, das ist i wie Inventar. Verkauft ruhig die kaputten Teile. Ich guck mal gerade alle Tasten durch. Okay, also T und i. Aber für das andere muss man nach oben scheinbar. Also zum Beispiel was freizuschalten oder so. So wie es aussieht. So, wir haben jetzt 13.700. Wir sind mal an den Punkt angekommen, wo wir bestimmt was kaufen können jetzt. Ach ne, stopp, da war da auch Unternehmen. Warte mal, ich gucke ganz kurz. Ne, Darlehen. Ne, okay, ich dachte. Das wäre unternehmen auswähbar gewesen. Das wäre unternehmen auswähbar gewesen. Das wäre unternehmen auswähbar gewesen. Und so. Das ist alles noch gesperrt. Wir können aber die Dekorat-Ziebungsstationen ja ruhig mal schon mal kaufen. Für 3.500 Euro. Die Dekoratstation ermöglicht uns, zu... Lass den Rost aus den Teilen. Schockend. Komm, lass uns mal schauen. Okay. Das ist rostig. Also man braucht für jede Station im Endeffekt auch Kraftstoffe. Und das kostet auch, ne. Also, das ist wie mit dem Abwaschen von den Mechs. Größe des Laserstreis mit Q und E. Mit WS, DNA und so weiter. Okay, gut. Gut. Noch ein bisschen größer. Nach Überlastung wird auch angezeigt. Wenn man zu lange macht, dann scheinbar kommen da so Art Brandflecken. Von 25 auf 69. Ja, vergiss nicht, dass du auch noch mit dem Laser sein musst. Also wie man sieht, dementsprechend wenn man zu lange auf einer Stelle ist, kommen da so diese Brandflecken, diese Schmelzflecken im Endeffekt, weil man dann damit dann auch das Material beschädigt. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir schon mal das. Und werdet hier, nehmen wir mal ein Bauteil. Machen wir den mal sauber. Und werdet hier? Na, das ist jetzt schon gut was. Liga, Spanien. Wird anfällig im Kampf sein, wenn dann wirklich die Kabel so frei sind. Okay, da hat das obere Teil mit was ist verbunden. Das ist jetzt schon gut. Hätte ich gar nicht mehr gebrauchen, ne? Das eine. Die Schrauben, die sind einzeln anklickbar. Das war vorher nicht so, ne? Also Schrauben, die waren automatisch. Jetzt wird es ein bisschen umfangreicher. Also jetzt ist auch ein anderer Mech. Die Schrauben. 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 Gut, dann haben wir das noch geschafft und wieder Geld verdient. 5 Minuten, Level 2, Postige erhöht, Aufträge mit Bonusaufgaben, Messe, Einfluss der Unternehmenswerte auf Auftrag. Okay, also es scheint einiges tatsächlich hinter zu stecken, was man auch wirklich freischalten kann und so, also es ist recht interessant. Okay, da sind die Zusatzaufgaben, ersetze dann dementsprechend Bauteile so und so. Und gehen mal kurz mal rüber, wenn wir hier was freigeschaltet haben. Da haben wir sonst noch nix freigeschaltet. Ach da, der globale Markt. Du kannst Aktien kaufen und verkaufen, indem du Schaltfläche neben dem Firmenlogo bestätigst. Und wieso erkläre ich dir das? Nenn es so, dass je mehr Aktien du hast und je höher ihr Wert ist, desto mehr Geld erhältst du für einen Auftrag beim jeweiligen Unternehmen. Okay, das heißt Aktien kaufen. Ist gerade im Aufschwung hier, in Biko und Daohuski, Sakura ist im Abschwung. Lohnt sich jetzt nicht zu kaufen. Wir kaufen mal so drei Anteile oder so, also zwei, mal gucken. Erstmal. So, diese Firma hier. Schaut uns mal unten die Laufband an. Ein neuer Guinness Rekord für längste Sitzung in VR. Der Rekordhalter wurde nach einem Jahr Simulationen an seinem vierzehnten Geburtstag vom Stromnetz getrennt. Der Junge bleibt unter psychiatrischer Aufsicht. Also, wir sehen dementsprechend, es scheint eine unfangreiche Geschichte zu sein tatsächlich. Also, wir haben dementsprechend Stationen, die freischaltbar sind. Da würde ich euch jetzt ja auch nicht spoilern mehr weiter. Das ist ja tatsächlich. Aber dann seht ihr wenigstens schon mal, was für Stationen dann halt freigeschaltet wären. Das wollten wir dementsprechend ja auch gucken. Logo ändern, Werkstattfarben und so weiter. Jetzt sind wir hier. Garage denke ich mir, sollte klar sein. Ich habe jetzt tatsächlich nicht geschnitten, nur so nebenbei. Ich belasse das so tatsächlich. Und hier dementsprechend Aktien. Umso mehr Aktien, umso besser auch im Wert des Auftrages und so weiter. Und mit der Prestige-Geschichte erhöht sich dann natürlich auch immer wieder einiges. Und man kann dann auch dann kaufen, die Stationen. Vielleicht werde ich nachher oder sowas vielleicht nochmal auf Twitch oder sowas. Vielleicht streame ich das ja sogar noch. Eventuell muss ich mal schauen. Da kann man das nämlich mal im Stream weiterspielen. Für YouTube wäre das ein bisschen zu lang alles deshalb. Aber so vom Grund her, das Spiel macht schon Spaß. Es wird wahrscheinlich auch nicht so unbedingt am Anfang einseitig sein. Ich weiß nicht, wie das hinten raus dann wird. Das schauen wir dann dementsprechend gegebenenfalls. Es ist abwechslend da dementsprechend, weil sich dann auch immer wieder was Neues freischaltet. Und auch dann neue Stationen kommen. Wo man dann auch die Sachen selbst dann reparieren kann. Wo man dann nicht mehr immer kaufen muss. Und das schauen wir mal, wie das hier tatsächlich dann weitergeht. In der Stadtbereich werde ich tatsächlich 1, 2, 3 Stunden. Je nachdem. Vielleicht nur auf Twitch das nochmal streamen. Also hier bei dem Stand hier, den wir jetzt sind, weitermachen. Und mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Sagt eure Meinung auch gerne in den Kommentaren zu dem Spiel. Habt ihr mal die Demo angespielt zufälligerweise? Das ist jetzt nicht die Demo. Ich könnte unendlich weiterspielen. Und wie man merkt konnte ich, ne? Ich weiß nicht wie weit die Demo geht. Keine Ahnung. Die Demos gehen ja meistens immer so 30 Minuten oder sowas. Oder in den Dreh rum. Dass man halt nur zum Beispiel das, was ich im ersten Video habe, wahrscheinlich nur das möglich gewesen wäre. Das weiß ich nicht. Ich hab die Demo nicht angespielt. Und das Prolog auch nicht. Lasst ein Follow da. Dementsprechend gerne. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust und Laune habt. Wenn euch das gefallen hat. Wir werden uns sicherlich das nächste Mal wieder hören. Bei einem anderen Game vielleicht dann dementsprechend. Ich versuche jetzt immer ein bisschen mehr für YouTube halt für euch hier zu machen. Sehr viel Indie-Games, wie ihr merkt, werden auch dabei sein. Ist auch einer von der Kategorie Indie-Games. Und in den meisten Fällen lohnt sich das tatsächlich. Man sieht das ja auch an anderen Indie-Games, die jetzt geboomt waren. mit Phasmofia oder wie das Ding da heißt. Ich kann das ja bis heute nicht aussprechen. Ähm. Und. Ja, mal gucken. Also, vielen Dank für das Zugucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. T Tschüss. Vielen Dank.